Das hier ist nicht Hawaii, oder? Nein, das ist die Kangatasa-Basis, Grönland. Grönland? Jemand hat da Scheiße gebaut. Ich muss mit Ihnen über meine Verlegung reden, Sir. Verlegung? Es wird keine Verlegung geben. Ich warte schon lange auf einen Presseoffizier. PIO, Offizier für Öffentlichkeitsarbeit. Ja, genau das, was wir brauchen. Es gibt keine Öffentlichkeit. Keine Information. Aufstehen! Wache schieben, du Stück Scheiße! Und warum bewachen wir die Munition? Wir sind bei der US Army, du Stück Scheiße. Das ist unser Job. Sie werden so lange hier sein, wie es die Army verlangt. Wieso jagst du da draußen nicht den Rücken nach? Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Das ist ein geheimer Ort. Und falls Sie mich enttäuschen, werde ich Sie erschießen, und zwar mit meiner 45er. Mal sehen, vielleicht später, wenn es dunkel geworden ist. Mann, in den nächsten drei Monaten wird es gar nicht mehr dunkel. Hast du dich mal gefragt, was wir hier machen? Ich habe Sie gesucht, weil mir dieser Ort so langsam unheimlich wird. Hält mir heute gar nicht! Frau Frau Pedersen, bestätigen Sie Ihr unerlaubtes Entfernen, indem Sie dem gesamten Kanker-Taser-Komplex den Mittelfinger zeigen. Ein herzliches Beileid. So will ich Sie in Zukunft immer sehen, wie Sie lassen mich hängen. Werfen! Und zum Schluss möchten wir dir danken für das Wohlergehen unseres Neuzugangs, Corporal Martin Pedersen. Jemand hat da Scheiße gebaut!